Mit atemberaubender Artistik begeistert hat der chinesische Nationalzirkus das Publikum am Sonntag in der Weser-Ems-Halle. Der farbenfrohe, prächtig ausgestattete, heitere und zum Teil spektakuläre Auftritt der 26 Artisten aus Tianjin, eine Elfmillionstadt südlich von Peking, kam hervorragend an. Dazu zählten auch die fünf Schlangenfrauen und die 16-jährige Hao Shan, die mit ihrer Handstand- und Stuhlstapel-Akrobatik als aufgehender Stern der Artistik gilt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017